Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr zuschaut. Ich begrüße euch hier auf meinen eigenen YouTube Channel. Das ist das allererste Video, was ich hochgeladen habe und dementsprechend passt es natürlich auch ganz gut, dass es das Vorstellungsvideo ist. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt einen YouTube Channel hier aufgemacht habe, vor allem weil es ja auch etliche andere YouTuberinnen auf dieser Welt gibt. Ich werde euch das gerne ein bisschen erklären, erläutern, ein bisschen zu mir auch was erzählen. Der Grundgedanke des Channels oder warum ich überhaupt diese YouTube Serie, diese Videoserie machen möchte, ist einfach daher, dass ich selbst schon seit vielen, vielen Jahren im Internet unterwegs bin. Ich will nicht sagen, dass ich im Internet lebe, aber es ist schon so, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit dem Web verbringe. Und wenn ich eben nicht im Internet gerade rumsurfe, dann bin ich ansonsten auch viel unterwegs, jobmäßig, da auch oftmals vor der Kamera. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, warum machst du nicht einfach deinen eigenen Channel? Warum machst du nicht einfach deine eigenen Videos? Und dieser Grundgedanke, den gibt es eigentlich schon länger, nur kam ich bisher einfach nicht dazu. Ich habe, ich weiß nicht, ich hätte, ja, ich hätte bestimmt früher anfangen können, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, das nötige Equipment. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich Videos mache, dann möchte ich auch, dass die Qualität einigermaßen hochwertig ist und ich nicht einfach, ja, mit irgendwie meinem Handy die Videos filme, sondern es soll wirklich, wirklich sehr schön aussehen, weil ich da wirklich einen Anspruch an mich selber habe. Und ja, nun ist es soweit. Hier ist mein erstes Video. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, vielleicht, was ich gerne für Videos drehen möchte. Und zwar bin ich eben, wie ich schon eben gesagt hatte, sehr, sehr viel unterwegs, jobmäßig in Deutschland und auch im Ausland. Und ab jetzt wird es so sein, dass ich immer meine Kamera dabei habe und euch berichte von den ganzen Jobs, die ich mache vor Ort. Natürlich werde ich auch sehr, sehr viel hier zu Hause drehen und natürlich auch, klar, auch Schminktipps geben und andere Dinge. Aber ja, der Fokus liegt definitiv nicht auf Beauty oder Fashion, so wie es vielleicht andere machen. Ich denke mal, ich glaube, es gibt da genug Videos, wo gezeigt wird, wie man sich richtig schminkt. Deswegen liegt ganz klar der Fokus eben nicht darauf, sondern ich möchte euch einfach gerne mit auf eine Reise mitnehmen, eben an den ganzen Orten, wo ich immer hinfahre und euch ein bisschen, ja, kleine Backstage-Videos zeigen, vielleicht auch Tipps und Tricks. Ich koche sehr, sehr viel gerne und werde euch natürlich dann auch das eine oder andere Rezept verraten. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen an mich habt oder irgendwelche Kritikanregungen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das einfach unten in Kommentaren reinschreibt. Und ansonsten, ja, wäre es natürlich schön, wenn ihr wieder hier vorbeischaut und euch auch an meine nächsten Videos anguckt. Und ja, ich freue mich auf eine tolle Zeit mit euch und würde sagen, bis ganz, ganz bald. Ciao! Bis zum nächsten Mal.